Das ist im Diskuswerfen der Mann aus Australien, Paul Nandappi, Sportstudent hier an der Sportschule in Canberra. Er kann 60 Meter werfen, bis hier aber nur 58,84 Meter. Das ist eigentlich schade, dass die Spannung aus diesem Wettbewerb durch diese Aufzeichnung und verzögerte Einspielung aus dem Wettbewerb herausgenommen worden ist. I'll be back.